Anziehungskraft zwischen den Platten eines Plattenkondensators Zwischen den Platten eines Plattenkondensators mit angelegter Gleichspannung befindet sich ein homogenes elektrisches Feld der elektrischen Feldstärke U dividiert durch D. Dabei ist U die angelegte Gleichspannung und D ist der Plattenabstand. Das elektrische Feld zwischen den Platten wirkt auf die auf den Platten gespeicherten Ladungen, was zur Folge hat, dass die Platten sich gegenseitig anziehen. Das Feld zwischen den Platten entsteht durch die Überlagerung gleichgerichteter elektrische Felder der beiden Platten. Auf die positiv geladene Platte wirkt nur das Feld der negativ geladenen Platte und umgekehrt. Das Feld einer einzelnen Platte ist somit nur halb so stark wie das Feld zwischen den Platten. Die Kraft auf die Platten erhält man daher als ein zweiter Mal das Produkt von Ladung und elektrische Feldstärke. Hier ist die Kondensatorgleichung. Diese wird verwendet, um in dieser Formel für die Kraft für die Ladung das Produkt C mal U einzusetzen. Man erhält diese Formel für die Kraft zwischen den Kondensatorplatten. Hier wird noch mit Hilfe der Formel für die Kapazität eines Plattenkondensators eine Formel für die Kraft pro Flächeneinheit generiert. Dazu noch ein Rechenbeispiel wie folgt. Welche Kraft wirkt pro Flächeneinheit auf die Platten eines Plattenkondensators im Abstand von 0,3 mm, wenn eine Gleichspannung von 240 Volt angelegt wird? Hier ist die Formel für die Anziehungskraft zwischen den Kondensatorplatten. In diese Formel wurden dann die Angaben aus der Aufgabenstellung eingesetzt. Man erhält 6,2 Newton pro Quadratmeter. So geht Physik. Willkommen bei So geht Physik.